...teilnehmenden, kriegsteilnehmenden Mächte. Da drüben, also Rudolf spielt hauptsächlich die sogenannten Mittel- und Proachsenmächte. Da hast du das wissen, da Bulgarien zum Beispiel. Genau, hier haben wir Japan zum Beispiel und da die Vereinigten Staaten. Wir haben sie nicht alle, wir haben sie auch so Kolonien zusammengefasst. Aber man hört immer den Eintrittstag und dann das durchgehende, bis so langsam 1917 und so weiter, so einer nach der anderen wegdribbelt. Dann sind noch so die Hauptschlachtfelder zu hören. Jeder Schlag könnte sich dann auch ungefähr 100 oder 100.000 Toten gleichsetzen. Der 28. Juli 1914 ...Chervency. Austria Serbia Germany France Russia The British and Bylf. ...J dont Можно nur heute einen collegesischen bodepern... ... soi ämpnen in keinem das. ...Jerpen ein neunflin技術 erDP. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 1915 1915 2015 2015 2015 2015 2015 2115 2115 2115 2115 2215 2115 2215 2115 2215 2215 2215 2316 2316 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 The Kingdom of Bulgaria 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 Musik Musik Lumen Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist da?